Der goldene Schnatz von Harry Potter, ich denke der geneigte Leser und Filmgucker wird es kennen. Es ist ein Schnatzlicht. Der goldene Schnatz ist beim Quidditch ein ziemlich entscheidender Ball, den man fangen kann. Neben den normalen Klatschern und was es da noch alles gibt, mit dem man Punkte machen kann, kommt halt irgendwann dieser winzige kleine Ball raus, der auf seine eigene Art fliegt und den muss dann halt jemand fangen. Meistens macht es dann der Harry, der ihn fängt und sorgt dafür, dass er ordentlich Punkte einsammelt. Hier haben wir jetzt also sozusagen die Trophäen-Variante, so sieht das aus, die man sich hinstellen kann. Jetzt packen wir das Ganze mal aus, weil das ist eine Lampe tatsächlich. Form schön eingepackt, wie immer. Bisschen Folie. Und jetzt kommt das Gute. So sieht sie aus, die Schnatzlampe. Ja, ich stelle das mal beiseite. Also man hat halt diesen... So, ich komme mal nach vorne. Man hat halt diese Käseglocke, sag ich mal, mit dem Harry Potter Schnatz Logo sozusagen und da drin ist dann dieser goldene Schnatz schön aufgestellt. Was an sich ja schon mal alles sehr hübsch und sehr schön ist. Das ist ein offizielles Harry Potter Produkt. Aber es kann ja noch viel mehr. Es kann ja auch leuchten. Dafür hat es hinten halt einen USB-Anschluss und dafür habe ich mir jetzt schon mal dieses USB-Kabel, was natürlich dabei ist, das habe ich halt mir vorhin schon mal ganz kurz rausgekramt. Damit stöpselt man das ein. Und schon leuchtet es. Ja? Das sieht doch schon mal echt schick aus, oder? Ich stelle das mal hier oben drauf. So. Das sieht doch schon mal nach was aus. So, wie mache ich es jetzt an und aus? So. Der Untergrund ist ein bisschen weich. Ich stelle es mir mal auf die Hand. Ne? So. So. Jetzt möchtet ihr es natürlich noch mal richtig leuchten sehen. Ich mache euch mal das Licht aus, damit ihr mal sehen könnt, wie es aussieht, wenn es ein bisschen dunkler ist. Weil sonst sieht man das Licht ja gar nicht so schön. Oh. Dunkel. Ne? Ist noch zu hell, oder? Ich mache mal noch mehr Licht aus. Jetzt ist es dunkel. So. Kann die Kamera das gut einfangen? Ja? So ein bisschen spiegelt es natürlich. So sieht das Schnatzlicht aus. Kamera hat natürlich ein bisschen Probleme mit dem Licht jetzt. Ich mache es nochmal aus. Aus. An. Ich finde das sehr nice, dass es halt so von unten beleuchtet. Ja? Und man hat hier oben dann auch noch so die Reflexion von dem Schnatz dran. Das sieht schon sehr, sehr nice aus. Wenn man sich das jetzt hier so schön hinten ins Regal stellt. Ich gehe mal so ein bisschen beiseite. Das sieht doch mal geil aus, oder? Bisschen schwierig mit dem Licht jetzt einzufangen. Ein bisschen gruselig jetzt mit meinem Gesicht beleuchtet hier dazu. Also, wie man sieht, von unten kommt das Licht. Und wenn ich halt die Glocke drücke, oder halt einfach drauf, dann kann ich es halt an und aus machen, was auch immer sehr cool ist. Hat schon so einen gewissen Magi-Faktor. So, ich mache mal wieder ein bisschen Licht an. Warte, ich lasse euch das mal noch an. Ich zeige euch das hier nochmal. Ich stelle das hier oben drauf. Ich gehe mal ein bisschen beiseite. So, dann mache ich mal kurz wieder ein bisschen Licht an. Oh, wo ist der Lichtschalter? Da bin ich wieder. Ja, das ist das Harry Potter Schnatzlicht. So ist es noch... Oh, jetzt kommt in diesem formschönen Karton. Und wie man sehen kann, leuchtet es halt. Hat USB-Anschluss dabei. Leuchtet halt auf Berührung. Und sieht einfach sehr, sehr nice aus. Also, es ist halt eine Lampe. Aber als erstes kann man sie auch einfach so hinstellen, als ja, ich habe meinen Schnatz eingerahmt gesammelt. Also, man kann es natürlich sich dann so halt hinpacken. Sehr cool, oder? Also, mir gefällt das richtig gut. Macht auf jeden Fall was her. So, die Harry Potter Schnatzlamp. Nachdem die Erreät-Gerbeth. Ich Then�� Catholicisch. Ja-Erreät. Und wo ist denn so ja? Wo ist denn Sohn der Stadt? Ich war ja auch für den have qualitat, als ja. So, die es mir ist ver prosperity. Und wie kann Musikpersi sein. Oh, Gott! Und wo er neighbourhood ist, Und wo Westen? So, so einfach darf ich nichtíamos, sehr poisen, sind denn? Auf jeden Fall ist ja,